Und damit herzlich willkommen zurück zur Hans-Show, da und mit dabei ist natürlich noch... Muuuun... Ich... So. Mit dabei ist Brutal, hallo. Hallo. Konnt da niemand rechnen, der ist ja nie dabei. Ja. So umgeholt. Reicht sich immer diese Videos rein. Sonst ist immer Marcel da. Verdammt. Das ist ja blöd. Oh oh. Alter. Ja. Ja, sie wünschen. Der Zombie. Zombie. Achtung, Wasserspaß. Oh Raben. Direkt hier oben auf der Brücke. Wo ist denn der? Der trifft ihn nicht. Hab ich? Wo ist der? Alleine? Such Morty. Ist der gestorben? Ja. Kann vielleicht noch eine roten Hütte sein? Morty, komm zu dir. Ach Morty. Morty, du sollst den anderen Hunter gehen. Komm zu mir. Was ist dem passiert? Ich lade mal kurz nach. Kann ich mal in der roten Hütte gucken. Ich lade mal kurz nach. Kann ich mal in der roten Hütte gucken. Waren sie alleine? Ja. Ich muss ja nicht hier hoch springen. Naja, wir wären jetzt schon längst erschossen worden. Warum? Lag der nicht irgendwo hier? Mhm. Oder eine schräge. So. Ich hab Hunde gehört. Oh, der ist aber mit dem Kopf hier ganz böse eingerissen. Oh, ja. Also. Ah, tut weh. Einmal da. Einmal zwischengequetscht. Oh. Ja, Mann. Oben. Oben war es mit dem Holzding. Habe ich. Weiß nicht, ob der jetzt da war, der dazugehört oder ob er nochmal neu geworden. Kann sein, dass er noch einen hat. Da kommt noch einer. Ja, da ist noch jemand. Kann sein, dass er bei dir unten ist. Hm. Wahrscheinlich doch nicht. Hat er ganz seinen eigenen Kollegen abgebrannt? Ne, ne? Hallo. Wo ist er denn? 255, 275 gefühlt. Da hab ich was schreien gehört vom Zombie. Ich glaub ich hab aber jemand aus dem Augenwinkel da oben gesehen. Ist er da? Ich hab versucht hochzukommen. Ich seh ihn. Wo? Dahinter. Ist dahinter. Der sollte mal herkommen, sein Kollege. Da. Oh Gott. Ja. Auf einmal getroffen. Irgendwo nach rechts. Ist es gegangen jetzt? Naja. Da müssen wir fast nicht ein. Das müssen wir weg. Aua. Ja. Ja. Nicht ne Aperkarte. Oh. 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 Du dumme Klammer. Ja, der ballert die ganze Zeit die Dinger rein. Und der Hut auch noch angeschissen wird. Da war das knapp. Hebt da noch einer? Nee. Die Löschung mal eben, da kannst du den noch looten. Hier oben liegt ne Heilung, falls du brauchst. Ah, ich hab mich jetzt schon geheilt. Wo liegt noch jemand hier unten? Geht die Heilung weg. Ja, ich mach mal die Heilung nicht weg. Warte doch, verteile. Alter, wie lange lebt die denn? Keine Ahnung. Dummes Kackvieh. Oh, hier liegt noch jemand? Da liegt noch jemand? Das war gerade Action, ey. Das war gerade echt Action. Eine Patrone, uiuiui. Hier oben lag noch irgendjemand, ne? Nee. Dann hab ich mich vertan. Uppercut. So, gebändisch haben wir auch schon. Oh, Stress heute hier. Was ist das? Gibt's noch ne Heilung, wenn die vielleicht? Oh, guck mal. Ja, da war noch unten ne Heilung. Ja, die haben wir schon. Haben die Heifer nochmal an Geschöße. Oh, Flüsterschmied. Flüsterschmied mag ich sehr gerne. Na klar. Was geht denn ab hier? Was liegt denn da? Ey, vor uns kommt, äh, Kohle. Vor uns kommt gleich ne Kutsche. Dummer Heif. Okay, ja. Du hast gesilenced. Ja, das ist gut gemissen. Ach ja. Stim, danke. Ich hab gesilenced, lass mich da machen. Lass mich dann machen. Mhm. Na klar. Es tut mir leid. Alles gut. Ich fand die Aussage ja nur lustig, ey lass mich da machen, ich hab's gezeichnet. Achso, ja danke. Ja, ich hab da ganz kurz dran gedacht, ich wollte nur die Hive kaputt machen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Zone so stressig wird. Nöööö. Brauch ich nöö. Ach, da sind auch die dummen Kackhunde jetzt rum. Naja, da sind Hunde, da hab ich keinen Bock drauf. Ja, ist gut, Tuna. Alter. So viele sind jetzt wenigstens nicht mehr da. Oh. Ah. Oh. 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 Was ist denn hier? Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Da. Da habe ich irgendwie hier so ein Holz verhakt. Ja. Ich bin doch mal vor mir, Alter. Hä? Ich glaube, wir sind hier im Haus. Ja, da. Ja. Jetzt haben die ja die Bounties aufgehoben. Der Pistol Pete ist aber ja. Nicht der Pistol Pete. Ja, woher weißt du, der Pistol Pete? Warte, woher weißt der gerade Stand? Oh, warte mal, gucken die da raus? Aber ist das so ein Fenster aufgegangen da oder nicht? Da habe ich gerade nicht hingeguckt. Doch, ja. War da einer? Da am Fenster. Sind das die mit dem Bounty? Warum tust du denn das? Ich habe kein Glück. Ich habe kein Glück, ich will mich durchtreffen. Ich denke, weil ich den Puschel gehen wollte, aber ich habe nicht gesehen, dass der andere war mir auch guckt. Kommt da einer zu mir gerannt? Da rennt einer am Dach rum oder? Nee, der rennt da am Fenster rum. Also einmal. Ober am Dach? Na doch, am Dach. Die ganzen Zombies kommen zu dir. Die ganzen Zombies kommen zu mir. Na ja, ich habe Heilung gefunden. Also da ist, da waren wir hier, dann da oben und da an dem Fenster rum. Was schießt der denn da oben? Hier an dem Dach, da an der Seite. Ja, ich weiß, ich habe gerade schon einmal getroffen. Warte, bitte lade dich schneller auf. Danke. Die hauen ab. Moment. Wie schnell waren die? Sollen wir weg? Nee, ich seh da doch die Blitze. Nee. Nee. Okay, dann nicht. Dann lügen die Blitze. Nicht mehr im Wasser hinterher. Eine doofe Idee. Jetzt waren aber drei, oder nicht? Nein, wir spielen uns zu zweit. Jetzt machst du alle rasiert. Das ist aber der Nerv-Skin, den sie hat. Oh. Hier liegt noch jemand? Hast du hier gelootet hier unten? Mhm. Inspektor. Hast du das gesehen? Äh, ist da einer gewesen? Ich habe jetzt beim schnellen hingucken. Nee, na? Gut. Wo sind die anderen? Ach, sie sind schon draußen. Ah, die sind schon weg. So, dann gehen wir mal nach oben. Hier oben. Hör mal meine Kutsch hier vorbei. Runde zu zielen, habe ich dir erst gesagt. Ja, gut. Bam, bam, bam. Die Nachrichten. Von Hans-Showdown. Okay, nicht da durch. Da kommt man nicht durch. Okay, da kommt man auch nicht durch. Aber hier. Da fang ich ja nicht auch hin. Ich sehe nichts. Ich bin da überlegen. Die können ja gar nicht mehr da sein, glaube ich. Wann du? Oh nein. So. Jetzt sind doch die mir entgegen hier. Oh nein, hier. Kommt sie mit der Fackel mir entgegen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also im Idealfall könnten eigentlich nur noch so maximal 3 da sein. Weil wir hatten am Anfang 3. 4, 5, 4, 6, 7, die 2, die raus sind, 8, 9. Verdammt, ich habe nichts für den. Warte mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Warte mal. Natürlich stirbt er doch auch nicht. Danke. Danke. Hat nichts gedrobt. Komm. Okay, ich sehe nichts. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay. Du, 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 du. Komm, du, 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 du. Na dann. Wir haben gewonnen. Gewonnen. So. Ja. Haben wir doch schöne 5 gemacht. Ja. Haben wir doch schön gemacht. Wundervoll gemacht. Haben wir richtig knorkel, duftig gemacht. Richtig gut, ja. Richtig schön. So richtig, richtig geil. Richtig. Die Gegner auch so. Boah. Haben die richtig geil gemacht. Ja und dann haben die Gegner so gemacht. Und dann so. Und dann so. Und dann haben wir so, so und so gemacht. Und dann haben sie so gemacht. Und dann haben wir so gemacht. Und dann ging es immer so weiter. Mit so, so, so. Und so, so, so. So, so, so ist das. Genau. Falls es euch so gefallen haben sollte, dann lasst mal so ein Like da. So ein Kommentar und so ein Abo mit so ein Glöckchen. Aber so. Und schaltet so auch das nächste Mal wieder ein. Genau. Dann viel Spaß bei uns so, ne? Ja. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal so. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Und so. Tschüss. An einem Sonntag. Schönen Tag noch.